Hallo, wir sind hier am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Ist das dein Lieblingsplatz? Es ist, ja. Es ist. Und du bist der Mann. Du trägst den Eisbucket und hast viel Eis und Wasser in. Ich habe es sehr kalt gemacht. Du hast es sehr kalt. Es ist kalt. Es ist kalt. Chrisi, was weißt du über die genetische Krankheit oder die Krankheit ALS? Wahrscheinlich nicht viel. Nein. Leider nicht viel. Und deswegen, this is why we have the ALS Challenge. Und ich wurde von der Hoax-Master, Alex Waschkau. Und ich werde denken, wer ich werde. Eine Person, die ich definitiv werde, ist seine Frau. Hoax-Mistress. Ha, 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 ha. In dein fucking Gesicht. Kennst du überhaupt nichts über die Krankheit ALS? Nein. Nein. So, wir machen das, um etwas Informationen zu bekommen, und zu gewähren über die genetische Krankheit und andere relativ rare Krankheit. Okay, mach es so. Hier, du lest all die Informationen. Chrisi, bereit? Are you ready? Are you ready? Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Okay, then you continue to filmen. Nicht aufs Zykrofon fassen. Okay, first, first I address. Mach's bitte ordentlich. Mach's bitte ordentlich. Okay, are you excited? I'm excited. I'm excited. Have you ever done it before? She says, she says I gained weight. Allegedly I gained weight, but I'm not so sure about that. Don't laugh at me. You're right. Ready? Yeah, I'm ready. You see me? Yeah. Okay. Do it quick, man! Hooks Master! Fuck you! All right. Yes. Raising awareness for ALS. Yes. Thank you very much, man. You're very welcome. Yeah, no problem, man. Thank you. It's okay. Thank you, people. Thank you very much. Show them. Thank you. I've done it. I did. Ah, goddammit. Okay, people. I did it. I did the ice, water bucket challenge to raise awareness for ALS and personally I have to say for other relatively rare genetic and other diseases. You can do it in style. Do it like me. Just get a silk kimono and a cigarette, a cigar and a good whiskey. You have to turn around again. You have to turn around again. You have to turn around again. You have to drink again. Yeah. What did you say, Chrissy? You are impressed? No. A dream. You are impressed. Why? Here at the russerluxmockplatz. Everline. Raising awareness. Here we go. Get out. Leave.